In diesem Video gibt es mal einige Möglichkeiten, mit denen man es schaffen kann, immer wieder 5 bis 10 Euro zu verdienen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Leon Kramert. Auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden zum Thema Online-Geld verdienen. Wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst und auch natürlich Online-Geld verdienen möchtest, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand. Fragen natürlich wie immer gerne in die Kommentare posten und natürlich auch Videovorschläge, zu welchen Themen auch mal ein Video kommen soll. Wenn dir Videos dieser Art gefallen, kannst du natürlich gerne einen Daumen hoch geben, dann sehe ich, okay, es sollen mehr Videos dieser Art kommen und jetzt geht es natürlich auch schon direkt los mit der Methode. So, und zwar funktionieren diese Methoden allesamt mit dem Smartphone und zwar kann man hier mit dem Smartphone sich kleinere Beträge dazu verdienen. Ganz wichtiger Hinweis, man wird mit diesen Methoden auf keinen Fall reich oder ähnliches. Das ist nur wirklich für 5 bis 10 Euro immer und immer wieder. Und ja, hier sehen wir auch schon die erste Seite, nutze deine Zeit, deine Fähigkeiten und dein Smartphone, um dir etwas dazu zu verdienen. Und zwar haben wir hier bei Roamler, so heißt die ganze Seite hier, übrigens keine bezahlte Werbung in diesem Video. Ich habe mir die Plattform hier selbst rausgesucht. Verschiedene Möglichkeiten hat man hier, um Geld zu verdienen. Zum Beispiel die klassische Möglichkeit, Roamler eben die normale Variante, verdiene Geld, indem du Checks in deiner Umgebung für bedeutende Marken durchführst. Das heißt, wir sehen ja auch schon dieses Bild und zwar, ihr bekommt dann in der App, die zeige ich euch gleich auch nochmal, bekommt ihr dann verschiedene Aufträge. Zum Beispiel hier seht ihr, mache zum Beispiel ein Foto vom Regal und schaue, ob noch mindestens 20 Flaschen vorhanden sind. Hier sehen wir einen Mann, der gerade ein Foto von einem Regal macht. Dann könnt ihr zum Beispiel bei euch irgendwo im Supermarkt ein Foto machen. Wenn zum Beispiel gefordert wird, dass ihr von einer bestimmten Marke nochmal schauen sollt, ob noch genug Flaschen da sind, dann schickt ihr das App, beziehungsweise das Foto in die App und werdet dann dafür bezahlt. Meistens so zwischen 3 bis 5 Euro pro Auftrag, mal mehr, mal auch so 8 bis 10 Euro, mal weniger, mal auch so nur 3 bis 4 Euro. Und ja, das ist aber noch nicht alles. Hier gibt es auch verschiedene andere Aufträge. Geht zum Beispiel hier, Roamla Tech, führen sie professionelle Installationen und Reparaturen durch, wann und wo sie wollen. Natürlich ist das eher für Spezialisten gedacht, das heißt, die meisten Leute werden hiermit mehr verdienen können, weil das hier ist wirklich dafür gedacht, wenn ihr auch natürlich professionell irgendwelche Sachen reparieren könnt, installieren könnt, dafür brauche ich natürlich auch gewisses Fachwissen oder auch hier Roamla Care, bieten sie den Patienten in ihrer Umgebung professionelle Unterstützung bei der Pflege an. Natürlich müsst ihr auch da in dem Bereich geschult sein, ist natürlich ganz klar, aber der klassische Bereich ist hier eben Roamla, die normale App, die kann sich auch jeder komplett kostenlos downloaden, hier mit der App hier ganz normal. Hier sehen wir das Ganze nochmal, teilt die Zeit selber ein. Es sind 24-7 eigentlich immer relativ gute Aufgaben, verfügt man natürlich hauptsächlich, wenn ihr in der Großstadt wohnt, sind natürlich mehr Aufgaben da und ja, haltet die Augen offen, schaut immer nach, wo in der Umgebung neue Aufgaben sind. Und man kann natürlich alles machen, auf das man Lust hat, man muss hier nichts machen, aber wenn man eben was macht, bekommt man direkt das Geld ausgezahlt aufs Konto bzw. IBAN oder eben Paypal. Ja, wie sieht das Ganze derzeit aus? Es gibt hier über 2 Millionen Schecks bzw. Aufträge pro Jahr, was natürlich bedeutet, dass eigentlich auch für jeden hier etwas dabei sein sollte. Wie die App aussieht, das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer und zwar im Play Store an. So, hier sehen wir die App auch schon im Store, hier sehen wir, wie das Ganze dann in der Praxis abläuft und zwar hier beispielsweise sehen wir die verschiedenen Aufträge, hier zum Beispiel 7,50 Euro für ein Foto oder hier auch in 400 Meter Entfernung 5 Euro für eine andere Aufgabe. Hier seht ihr dann, wie das Geld eben auf eurem Konto dann wächst, hier beispielsweise 284 Euro kann man sich dann auszahlen lassen, wie gesagt, über Paypal oder eben aufs Bankkonto. Ja, hier kann man eben nochmal das Ganze in wirklich selbstständige Arbeit, also be your own boss, also man ist hier bei der App eben sein eigener Chef. Klar, man wird jetzt nicht reich oder ähnliches, sage ich nochmal und ja, hier kann man eben verschiedene Aufgaben ausfüllen. Ihr könnt hier einfach dann ein Profil anlegen, könnt hier eure wichtigsten Daten eben eintragen und bekommt dann hier dann die passenden Aufträge zugesendet. Beispielsweise, ihr seht hier eure Karte, wenn ihr zum Beispiel in Berlin wohnt, die Karte von Berlin, dann seht ihr, wo die nächsten Aufgaben sind. Es sind auch nicht immer überall Aufgaben vorhanden, gerade wenn man irgendwo auf dem Land wohnt, sind natürlich deutlich weniger Aufgaben vorhanden, das sage ich besser vorher. Und ja, hier wird man, wie gesagt, nicht reich, damit ich wiederhole es nochmal, aber es ist als Nebeneinnahmequelle auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt gibt es die nächste Plattform. Nächste Plattform natürlich hier der Trendsetter Club, auch eine Sache, die ich jetzt schon öfter erwähnt hatte. Hier kann man eben auch Fragen beantworten und wird dann dafür bezahlt. Da habe ich euch den Link zur Seite in die Videobeschreibung gepackt. Da bekommt ihr auch nochmal einen Startbonus im Wert von 500 Punkten. Das entsprechen ungefähr, beziehungsweise die Punkte entsprechen ungefähr einem Euro an Startbonus. Hier kann man auch schon ab 5 Euro das Ganze auszahlen lassen. Ab 5 Euro Amazon-Gutschein und eben ab 10 Euro dann aus Bankkonto. Hier wurden schon über eine Million Euro ausgezahlt. Ich habe die Plattform natürlich auch schon selbst benutzt und die Auszahlung funktioniert wirklich hervorragend. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt und ist auch eine sehr gute Nebeneinnahmequelle auf jeden Fall. So und die nächste App hier zum Geldverdienen ist MobEye. Ist ähnlich wie Roamler, hat nochmal deutlich mehr Downloads hier und ist ab 0 Jahren freigegeben. Hier sehen wir das Ganze die richtige App, um Geld zu verdienen. Hier sehen wir beispielsweise in diesem Screenshot hier über 580 Euro an Auszahlung, auch natürlich über Paypal möglich. Hier seht ihr das Ganze nochmal am Beispiel von Berlin. Das heißt, man hat hier jeden Tag im Idealfall, natürlich ist es nicht immer bei euch, bei jeder Stadt so, dass hier so viele Aufträge sind. Zum Beispiel hier für 7 Euro in Berlin, 3 Euro, 7 Euro und so weiter und so fort. Dort sehen wir hier die verschiedenen Aufträge, beziehungsweise hier, wie es auch genannt wird, Missionen. Finde ich auch ganz interessant, Missionen. Also wärt ihr jetzt hier ein Geheimagent, aber naja, Spaß beiseite. Hier seht ihr dann eben die Aufgaben. Zum Beispiel hier eben, ja, Eissorten zum Beispiel zählen bei Lidl. Oder eben schauen, wie viele DVDs noch bei Edeka im Citymarkt vorhanden sind. Solche Aufgaben müsst ihr eben machen, dann hier einfach auch zum Beispiel ein Bild dann in die App hochladen und dafür werdet ihr eben bezahlt. Mein Tipp an dieser Stelle, ihr könnt ja mal diese App oder auch Roamler downloaden. Wie gesagt, immer noch keine bezahlte Werbung und dann einfach immer mal, wenn ihr gerade in der Stadt unterwegs seid, wenn ihr sowieso schon einkaufen seid, zum Beispiel hier in diesem Fall, ihr seid sowieso schon bei Lidl oder sowieso schon bei Edeka, dann könnt ihr einfach hier dann eine Aufgabe erfüllen und hier eben auch 6 Euro oder auch 10 Euro eben für die Aufgabe eben bekommen. Wenn ihr zum Beispiel nur einfach ein Bild hochladen müsst oder eine bestimmte Anzahl von Flaschen oder ja andere Produkten, DVDs und so weiter und so fort zählen müsst, dann ist es ja gar nicht so schlecht. Wie gesagt, man wird nicht reich, aber als kleine Nebeneinnahmequelle ist das Ganze auf jeden Fall schon gut. Ja, dann hoffe ich, diese Methoden haben euch gefallen. Daumen hoch für mehr Videos dieser Art und wenn ihr noch mehr verdienen wollt, nicht nur 5 bis 10 Euro, sondern wirklich 100, 200, 300 Euro pro Tag, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen Videokurs zum Thema Geld verdienen mit TikTok verlinkt. Und wenn ihr wirklich wollt, dass ich euch mal persönlich analysiere und euch auch langfristig beim Thema Online-Geld verdienen weiterhelfe, könnt ihr ein kostenloses Analysegespräch in der Videobeschreibung buche. Dann schauen wir uns mal komplett kostenlos 15 Minuten an, in welchem Bereich du auf jeden Fall Potenzial hast. Und wenn das Ganze passt, kann ich dich auch dann länger, das heißt zum Beispiel ein halbes Jahr beim Thema Online-Geld verdienen, begleiten, bis du wirklich die ersten 1.000, 2.000, 3.000 Euro pro Monat verdienst. Ich werde euch jetzt hier zum Ende nochmal eine Playlist einblenden, die Playlist Online-Geld verdienen. Die hat über 100 Videos zum Thema Online-Geld verdienen. Hier könnt ihr dann einfach hier raufklicken, dann kommt ihr direkt zur Playlist. Und falls noch Fragen da sind, sollten gerne die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch weitere Apps oder Webseiten kennt, zu denen ich mal ein Video machen soll, natürlich zum Thema Online-Geld verdienen, dann könnt ihr dir auch gerne die Kommentare schreiben. Wenn es passt, schaue ich mir das Ganze mal an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und tschüss!